ja meine lieben das gras ist ganz schön hoch geworden wir haben noch kein rasen mehr aber wir haben unseren haus und hof helfer danke er bringt das rest geld vom benzin so und dann kann er hier loslegen und kann mähen und kann sich auch ein bisschen geld dazu verdienen hier hat er schon mal angefangen ja das sieht schon nicht schlecht aus aber fertig ist er noch nicht wir hatten vom verkäufer vom haus und kleines gerät elektrisch bekommen aber das ist spielerei in meinen augen und ich habe gesagt er soll sich ruhig ein paar bad verdienen wenn ihr euch sein motorrad anschaut der ist froh für jeden bad wenn man ihn ruf kommt er sofort so leute muss man dann auch unterstützen ja und uns tut es wirklich nicht weh ja wir haben noch ein arbeiter schwiegermutter wollte das probieren mit dem gerät sie probiert das jetzt ja ich habe ihr erst mal gezeigt wo sie drücken muss deine mutter wollte sehen wie das geht ja was ein alter farmer ist jetzt probiert er und weiß nicht wie es geht haha ja meine lieben und bevor wir fertig geworden sind öffnet der himmel seine pforten und es gibt mal einen guten schauer und ein gewitter gott sei dank da spüre ich seit zwei tagen in den knochen ach da geht es mir gar nicht gut ja wie gesagt unser besuch nam pan und mehr sind auch noch da und helfen fleißig mit da wird alles schön jetzt jetzt ist es so ein kran zu ende